Wir haben mit der Hilfe der A&M innerhalb eines Jahres acht Fachkräfte einstellen können in den verschiedensten Bereichen. Und dass uns das gelungen ist, auch in dieser Zeit, wo alle Händeringen nach Fachkräften suchen, das war schon toll. Und es hat mich auch überrascht, wie schnell man Bewerbungen bekommt. Gerade wenn man es vorher gewohnt war, dass man auf teure Zeitungsanzeigen nicht eine einzige Bewerbung bekommt. Mein Name ist Michael Siefers von der Siefers & Söhne GmbH. Wir sind ein klassisches Familienunternehmen, ein mittelständischer Hersteller von Fenstern und Haustüren. Wir beschäftigen derzeit ungefähr 60 Mitarbeiter, sind in der dritten Generation hier am Standort in Hassbergen ansässig und beliefern sowohl den gewerblichen Fachhandel mit unseren Produkten als auch den Privatkunden. Unsere große Herausforderung ist, dass wir Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu gewinnen. Das Hauptproblem für uns ist, dass wir die Kunden nicht zufriedenstellen können, wenn uns die Mitarbeiter fehlen. Die vorhandenen Mitarbeiter arbeiten unter Hochdruck, um die fehlenden Kollegen zu ersetzen, schaffen das aber auch nicht immer. Und im Grunde genommen ist dann Sand im Getriebe. Also auf die A&M bin ich so aufmerksam geworden, dass wir eine Empfehlung bekommen haben von einem unserer Lieferanten, der bereits mit der A&M zusammengearbeitet hat. Und um diesem Personalmangel, mit dem wir zu kämpfen haben, irgendwie eine adäquate Lösung entgegenzusetzen, habe ich gedacht, okay, das probiere ich mal aus, viel verlieren kann ich dabei nicht und habe dann den Kontakt gesucht zu A&M. Die Strategieberatung, die war von Anfang an super. Wir haben uns verabredet für eine Videokonferenz nach dem ersten telefonischen Kontakt. Das ging alles sehr schnell und der Berater hat uns sehr anschaulich durch die einzelnen Schritte hindurch gezeigt, was die Agentur für uns tut, wie wir die Agentur einsetzen können, ihre Dienstleistung einsetzen können. Und das hat uns letztlich dann überzeugt, dass wir gesagt haben, wir machen das mit der A&M. Das Team der A&M hat uns super unterstützt bei der Ausarbeitung der Anzeigen. Wenn wir Änderungswünsche hatten, wurden die schnell umgesetzt, so dass wir mit unseren Anzeigen potenzielle Bewerber ansprechen, die gar nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind, sondern die schon in einem Job sind. Und diese Leute können eben über niedrigschwellige Bewerbungsschritte ihr Interesse hinterlegen. Und das führt eben dazu, dass man sehr schnell viele Bewerbungen bekommt. Einwände hatten wir eigentlich überhaupt keine. Im Gegenteil, wir haben uns gefreut, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir Mitarbeiter finden, die wir vorher vielleicht gar nicht gefunden hätten oder nicht gefunden haben. Und insofern war der Schritt, den wir da gegangen sind, also von Anfang an für uns der richtige Schritt. Und wir sind auch heute froh, dass wir das gemacht haben und würden das auch jederzeit wieder so machen und jedem empfehlen, der keine Fachkräfte findet. Wir haben uns für die A und M entschieden, weil wir über die klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung einfach keinen Erfolg hatten und haben insofern diese Möglichkeit, über Social Media Mitarbeiter zu suchen, natürlich auch als gute Option gesehen, vielleicht mal andere Wege zu beschreiten. Und ja, der Erfolg hat dieser Entscheidung dann letztlich auch recht gegeben. Die Vorteile waren, dass wir unsere Stellen wieder besetzen konnten und damit unser Unternehmen auch für die Zukunft wieder richtig fit gemacht haben. Wir konnten unsere Aufträge zügiger abarbeiten. Die Qualität hat sich verbessert unserer Produkte und dadurch haben wir unsere Kunden zufriedener gemacht, unsere Mitarbeiter entlastet, die vorher mehr Arbeit leisten mussten für die fehlenden Kollegen. Und darauf bin ich auch in gewisser Weise stolz, dass wir das gemeinsam mit der A und M so hinbekommen haben, dass wir wieder besser aufgestellt sind. Also mich hat am meisten überrascht, dass das Prinzip funktioniert. Es wurde uns vorher schon gesagt, hey, ihr bekommt in kurzer Zeit viele Bewerbungen, aber wenn die dann auch wirklich eintreffen, dann hat das nochmal einen Aha-Effekt. Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich würde es jederzeit wieder so machen. So schnell haben wir bisher noch nie neue Mitarbeiter gefunden und wir können uns dadurch auch wieder auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Wir können wieder daran arbeiten, unsere Produkte herzustellen und unsere Produkte an die Kunden zu liefern. Und das ist einfach super.